Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute geht es wieder mal um die Reactive Forms und wie ich hier einen Validator angeben kann. Wir haben ja gesehen, hier im HTML kann ich das nicht so einfach machen. Ich muss hier tatsächlich den Umweg über TypeScript immer, immer, immer gehen. Und ja, deswegen weiß man natürlich jetzt auch vielleicht erstmal nicht, wie kann ich jetzt hier einen Validator einfügen und verarbeiten. Und das ist eigentlich relativ einfach. Wir haben uns letztes Mal die Standardwerte hier angeguckt. Das heißt, wir hatten hier zum Beispiel Null drinstehen, also einfach keinen Inhalt, das funktioniert. Und jetzt als zweiten Parameter muss ich hier oder kann ich hier meine Validators einfügen. Und hier kann ich sozusagen alle, ja hier steht es auch schon, ich kann alle Validators einfach einfügen. Ich kann aber auch natürlich eigene Validators reinpacken. Und die muss man auch erstmal importieren. Deswegen sage ich jetzt hier Validators, was mir auch direkt importiert wurde hier aus den Forms. Also wenn ich das jetzt hier in meiner IDE mache, wenn ihr es nicht in der IDE programmiert, dann müsst ihr natürlich von selbst diese ganzen Dinger importieren. Und das liefert mir eine, naja, eine komplette Liste an allen Validators, die hier nötig sind. Und in meinem Fall, also wir haben zum Beispiel kennengelernt Pattern, wir hatten Required kennengelernt, wir hatten MinLength kennengelernt, wir hatten MaxLength kennengelernt und E-Mail hatten wir auch kennengelernt. Wir nehmen jetzt einfach mal hier E-Mail für den Vornamen und ja, das ist es eigentlich auch schon. Allerdings müssen wir hier die Klammern wieder rauslöschen, denn das ist eine Funktion, die hier als Parameter übergeben wird. Und das soll auch tatsächlich so sein. Wenn ihr mehr als einen Validator haben wollt, dann geht ihr einfach her und macht das ganze Ding als Array. Das heißt einfach hier die Array-Klammern reinpacken und dann vielleicht noch validators.required auch mit angeben. So, und ja, jetzt habt ihr sozusagen einmal den E-Mail-Validator eingefügt und den Required-Validator. Gut, ihr könnt das Ganze auch im Nachhinein setzen, das heißt erst wenn man sich einloggt, wird dieser Validator gesetzt. Das funktioniert, zum Beispiel beim Passwort mache ich das jetzt einfach mal. Ihr holt euch über this.loginform, so heißt unsere Variable, .controls und dann pass, so heißt unser Passwort-Control-Form hier oben, das da. Holt ihr euch einfach mal und dann sagt ihr hier setValidator, setValidators, sorry Plural. Hier müsst ihr alle angeben, also immer alle und die werden dann überschrieben. Hier einfach dann Validators, Validators.minLength, ja, achso, hier brauchen wir tatsächlich die Klammern, weil das ist dann eine sozusagen gecurrierte Funktion. Das heißt wir geben hier an, wie lange soll das Ding bitte mindestens sein und das wird mir hier direkt eingefügt. Und es ist aber trotzdem noch ein Function-Pointer, der hier übergeben wird. Aber ja, dazu jetzt nicht weiter mehr, das ist eigentlich eher was, was in Programmieren lernen reinfällt, das gucken wir uns da genauer an. Gut, und so könnt ihr hier noch Validators eingeben. Ihr könnt natürlich hier auch wieder eine Liste an Validators reinpacken, indem ihr hier einfach wieder ein Array draus macht und dann einfach mehrere angebt. Gleich wie hier oben auch. Okay, das war es von meiner Seite erstmal wieder, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.